Wir machen einfach so, dass wir da einen Benz dran machen, wo man die Leiter festmachen kann. Okay. Dass man die einfach dagegen stellt mit den Sprossen und dann so einen Benz machen, wo man sie feststeigen kann. Weißt du, so einen Rolling Turtle Stripe zum Beispiel. Okay. Weil auch... Das ist für Janis und kein Problem. Das ist für Janis und kein Problem. Auszufinden.